hallo und herzlich willkommen zurück bei left for dead custom campaigns mach auf, oh hier regnet, alter geil hier regnet es, wie episch ja genau wie in minecraft, einfach so oft geschnitten und es ist hier so ein Minenspalt kann man da runter fallen? ich hoffe nicht probier es mal aus, nein natürlich nicht nein, oh hier sind Gegner, viele Gegner lass doch mal rein halten, ich glaube irgendwie die mit den Rüstungen sind schneller ja? ja oh hier ist Kohle, oh hier ist ein Spawner hahaha wie geil ist das denn da liegt ne Waffe drauf ist da was? oh ja was habe ich eigentlich? das ist noch eine Moment, ich werfe das mal das ist noch ne Granate ach das ist ne normale Granate ja das sind die Granaten ich habe aber noch ne Pipe, so wie das aussieht von daher behalte ich die jetzt einfach mal Alter was ist denn da los? explodiert die auch noch? ich würde sagen ja glaub nicht ich werbe einfach nochmal was hin oh vorsicht oh vorsicht spit 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 ja die Pipe hat gewirkt die ich noch geworfen habe ah weißt du was ich ich glaube ich weiß was das ist das ist die Kotze die du da hattest ja das könnte sein dass das die Kotze war dankeschön oh Charger bei mir kommen wir schnell hinterher ja ich er halt mich gerade ich kann nicht ah jetzt Leute ich bin tot nein doch natürlich ach komm ich helfe der hoch das ist nicht so schlimm das schaffste warte ich meine ist noch ne Kiste ah der ist noch ne Pipe nimm ihn noch mit hast du das Verbandszeug da hinten mitgenommen? äh ja sicher? hab ich ne hast du nicht doch hab ich ich hab doch eins nein hier hinten lag doch nur eins ja aber ich bin ja voll deswegen ist ja egal noch? oh noch ein Charter es geht mit dem was hinter dir oh so oh Boomer Safe Room alter Safe Room? ne war nur ein Wegweiser he 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 ich werd'n Hunter ja da war er hab mich aber gekonnt ignoriert irgendwie oh da hinten direkt Oma Split up fuck alles gut alles gut geht's hier hinten nach weit nnta ne glaub nicht was ist denn wenn man in die Lava fällt? das würde mich mal interessieren ich ich opfer mich nicht ich auch nicht äh ach da ist ne Brücke irgendwie gar nichts glaub ich zumindest den Zombies passiert nichts ja wunderbar ey was liegt da? ach wie geil kennst du dieses Lied? dieses Minecraft Lied? Fallen Kingdom oder so? ja ja das ist der Skin aus dem Lied die haben wir auch alles mit eingebaut ne? hier ist überall Kohle oh ja aber das Lied ist auch echt hammer hier ist ne Tür ist da ne Spitzhacke dabei? hier ist Kohle äh ich hol gleich mal einen Mining Turtle wir sind doch in Tech-It oder nicht? oder dann oder deinen Mining Drill aber vergiss dein Badpack nicht achso ne ich hab ja ein Labpack ja vergiss dein Labpack nicht weißt du sonst ist das immer so schnell leer der Drill hui oh 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 Tata Alter was ist hier los? was ist hier los? ah Boomer ah dammit alter 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 spitt auch noch what the fuck ich hab da mal ein bisschen Feuer hingelegt what the fuck ey lass das mal abbrennen oh danke dass du mich eils äh los los ich brenne ein bisschen noch alter das Eisen Fleisch das Eisen das Eisen was ist das hier? hier liegt Redstone oh ne doch ist das denn? Craft TNT to blow up the wall ok farsch mich doch nicht TNT? als ob das da steht da steht da? wo? warte ich muss mal den Schalter so hast du TNT? warte Vorsicht wir haben die Wand gesprungen oh 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 Iron Golem das ist der Tank übrigens ja der Iron Golem ja oh 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 der tut weh oh ja keine Muni keine Muni keine Muni keine Muni keine Muni keine Muni ich kann nur mit der Hand Feuerwaffe schießen ja das Tank ist Tank ist down vorsicht Puma alter ich treff den nicht ok hab ich hier ja Muni hier gibt's Waffen Leute hier gibt's Waffen Leute was ist das denn eine Ange? the fuck ja hab ich mir auch schon gedacht ok alter das ist jetzt eine Schlagwaffe hör auf damit ja du musst mich damit jetzt nicht schlagen mach ich trotzdem Alter das ist eine Ange jetzt reg dich nicht auf oh hier ist Eisen ich muss mich mal kratzen Eisen kratzen Eisen Schienen wird man in den in den Fäden in den Fäden wird man langsamer das ist ja richtig ja das ist äh authentisch hier ist eine Tür wer hat die denn denn gesetzt? Bep Presser ist hier was was gibt's hier so schönes? nix weiter wow ein Jockey oder so ist ok oh Redstone guck dir den Redstone an wow guck dir mal links oh hi Zombies und sogar die Minecraft Musik und sogar die Minecraft ich finde das Redstone grad episch Tür ok gibt's nix nix da da nicht da nicht da nicht ich frag mich mal was das für eine Arbeit ist das zu programmieren ey alter ja what the fuck ich bin jetzt woanders lang gegangen ne ja ich komm schon hinterher wir gehen weiter runter ey vielleicht finden wir Diamanten ist Gold ist Gold Entschuldigung kann man ihn ja aufm texture pick installieren? das äh nein ich glaub nicht ich auch nicht aber es wär cool du humpelst ein bisschen ne ich liege gerade also ich knie knie sozusagen so wann man da genauer trifft alter noch mehr da hinten ist irgendwie ein Schlagtypel oder ach ne Schaufel Schaufel? äh warte hier ist noch was hier ist ne knapp hier sind Waffen ne die ist nicht so geil Jody Wong Jody Wong die geil hast du's grad gesehen? ja ich hab's gesehen das war ja mal mega awesome Alter das ist jetzt nicht so awesome und auch war awesome Spit Spit lass mich raus hier ich muss mich mal heilen warte mal ich muss mich mal heilen ich hätte auch nur Pipe werfen können Jockey ich lade nach Logos Schmerz mit dir geben ne Müssen wir jetzt tauchen? ne wir müssen hier einfach nur durch Munition da hinten ist nämlich noch ne Kiste hier ist Munition gut ja nimm die doch mal mit was gibt's da? ne molly Molly gut Müssen wir hier lang? bei mir? ja ich glaub Lappes 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 schon wir kommen näher das brauchen wir auch für Ticket Ach hier wie wieder hier? WTF? wir müssen glaub ich hier rechts rum genau ja hab ich doch gesagt einfach nur im Kreis gelaufen warte mal hier hier geht's dann genau ja hab ich schon oh oh warte vorsicht hier ist hier ist hier ist schlecht man schon automatisch oder? ja oh witch flaschen aber du hast dich gleich für Pissen vor Lachen wer was die witch ist warte ich rate jetzt schon mal was kannst du denn noch sein? ähm ich weiß es nicht äh es wird lustig ich geb dir mal einen Tipp äh geh mal nicht von den fiesen Mobs aus ne Kuh? nö genau es ist es es ist es ich hatte recht ich hatte recht verarsch mich doch nicht es ist doch kein Huhn es ist ein Hühnchen es ist doch kein Huhn Digga oh oh das ist das Evil Chicken alter ist sie tot? ja sie ist das Hühnchen ist down Junge das ist das Evil Chicken gewesen das ist das so geil ja aber das muss hier dann von Gronkh abgeguckt sein weil er hat doch das Evil Chicken davon ach wer weiß wo die Entwickler über ihre ihren Input hier haben kann ich hier durch? als Optik echt? echt? ja man muss hier sogar durch glaube ich ne warte mal hier kommen wir doch her das ist nur ein Rückweg ach so hätte man die Witch umgehen können ja aber ist ja langweilig man hinten man muss ja das Hühnchen sehen das war so geil ich fand da oh ist der nächste Zephrong Zephrong oh rein da MediPack wo bleibt hier? Munition Waffen ne ne spiel die mit der Schalldämpfung warte dich mal schnell mit dem MediPack und dann nimm den zweites das los komm rein hier alter ah Smoker so hab ihn reingeschubst sehr gut sehr gut ja ja geil ich bin der beste alter alter ich bin der beste aber mit weitem Abstand 2400 2400 und dann kommt Bill mit 300 uuuuuhh alter ah ich konnte dem Tank Tank ja auch schlecht was zufügen ja das ist auch wieder recht 3LP Witchjäger ich steh ganz oben bitch ha 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 gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wo ich auch wieder erster bester Penis werde was egal sag was außer Genen bis zum nächsten Mal ja Minecraft Musik